So, oh, lang, lang ist her, dass du die Curvy gespielt hast. Doch, jetzt geht's endlich wieder weiter und wir beginnen gleich mit einem Regenbohrenfällen, jawohl, baby, wuh, wuh. Äh, ja. Okay, äh, ist das Wasser? Oh Gott, ist das Wasser, oder? Naja, was ist hier? Okay, hier sind, äh, diese Münzen. Ich hab den Namen vergessen, das ist so lange her, dass ich das das letzte Mal gespielt hab. Whoops, und jetzt hat er aber, bah, haha, in your face. Oh, ist der Action wieder, was zur Hölle geht denn da los? Ähm, die kann ich nicht kaputt machen, aber da kann ich, ähm, irgendwie, nein, hm, wie mach ich das denn? Ah, das kann ich kaputt machen. Das heißt, so kann ich dann da hoch und mir den Regenbogen ergattern, yay! Ja, mein Regenbogen und ihr nicht. So, was ist da drin? Ähm, ich weiß nicht. Oh Gott, ich muss niesen, oh Gott, oh Gott, ich muss mir verkneifen, 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 verkneifen. Oh Gott, es funktioniert nicht. Doch. Ah, gut, es hat irgendwie geklappt. So, den schnack ich mir mal, kann ich damit eigentlich auch die Münzen sammeln? Nein, kann ich natürlich nicht. Oh man, wie soll denn ich? Nein, Moment, ich wollte rennen. So, nein, verdammt. Äh, ich schätze mal, die tun mir weh. Äh, ach so, kalt da vielleicht hoch. Das sieht aus wie Wasser. Ist das Wasser? Oh Gott, das ist alles so, äh, äh, ah nein, aber das ist ein Knopf, ein Knopf, ein Knopf. Ich hab's. So. Ha. Knöpfe for the win. So, jetzt komm ich da nämlich auch hoch. Kann mir den schnappen, den nehm ich natürlich wieder mal mit. Da unten würde ich sterben. Den mach ich kaputt. Da kann ich dran ziehen. Und bekomme ganz viele Perlen. Hä, der schützt sich? Nix gibt's. Hier wird sich nicht geschützt. Oh, oh, der ist nur... Ey, her mit dir. Bastard. Okay, was bist du? Äh, ich kann dich nicht kaputt machen, wie es aussieht. Nimm das. Ey, ey, ey. Mann, Spaß. Oh Gott, ich höre einfach über dich drüber. Nee, Auto, äh, wah. Uh, uh, das war knapp. Okay, dann nehm ich mal dich und dich nehm ich mit. Und was machst du? Du lässt da oben was erscheinen, okay. Das hab ich kapiert, aber... Achso, ich muss das erwischen, natürlich. So, ich hab dich erwischt. Kommt auch irgendwie hoch. Äh, sieht nicht so aus. Ey, jetzt, jetzt lasst mich doch. Ey, ey. Bam, bam, bam. So, da wir... Egal, wir holen uns das doch. Wow, 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 wow. Spaß. So, äh, ich muss jetzt wieder alles eingesammelt haben, wenn ich mir nicht tollst. Äh, da drin ist... Och, nö, ne, verwandelt uns voll da eigentlich noch nichts hoch, aber, okay. Äh, ja, ich kann ja nicht viel machen. Achso, okay, auf Eis kann ich so ein komisches Teil machen, dass mir vermutlich die Gegner wegschlägt. Ja. Haha, ich bin gut. Ah, und damit kann ich auch zusätzlich den Hüpfer erhöhen. Neuuu. Ne, wow, jetzt hast du gelegt, fuck. Das war scheiße. Wow. Wow. Äh, das ist ziemlich cool. Muss ich sagen. Und irgendwie auch anspruchsvoll. Oh. Achso, das kann ich öfters machen. Wow. Nein, den wollte ich haben. Dann wenigstens dich. Kann ich noch öfters das einmal bringen? Ja. Ja, ja, ja. Geil. Bäm. Aber jetzt habe ich leider da doch ziemlich... Nein, ziemlich viel verpasst. Jetzt schon wieder. Aber naja, das ist ja kein 100% dran. Von daher... Wow, das war cool. Das will ich nochmal machen. Okay, wann muss ich denn stoppen? Ich stoppe einfach mal. Und naja, ne. Also, so wirklich war das jetzt mal wieder nicht. Ich nehme übrigens gerade um 21.13 Uhr auf. Mein Ziel ist es, ähm... Um 6 Uhr morgens mit allen Aufnahmen durchzuzeigen, die ich machen will. Ich will Yoshi's Island und Spirma Risserland aufnehmen und möglichst durchspielen. Was ich vermutlich auch nicht schaffe. Entschuldigung, wegen dem Huster. Und... Ja! Genug geredet. Ich habe einen Flicken gefunden. Yay! Aber jetzt geht es, würde ich mal sagen, erst mal weiter mit Kirby. Jawohl. Und ich habe gerade so viel Bock auf Kirby wie... Okay, wo muss der Flicken hin? Hahaha. Da muss er wohl nicht hin. Eine Bohne, eine Bohne, eine... Eine Bohne. Oh, die muss da unten hin. Hey, sieh da unten ein Bär cool. Ich dachte mir schon, dass irgendwie sowas mit der Bohne passiert, aber ich wusste nicht genau, wo es passieren soll. Verdammt. Da habe ich da drüben das Fragezeichen gesehen und dann dachte ich mir, yeah, da kann ich doch rein und... Was ist eigentlich mit dem Fragezeichen? Da kann ich auch... Ja, da kann ich auch nicht, die ich noch nicht rein. Das ist mir aber voll Schnuppe, denn ich gehe jetzt in den Kletterbohnungen. Der Name klingt ja schon... Vielversprechend. Und... Ja... Pfeile. Pfeile und Bogen. Oh Gott, ich bin ein Pfeile-und-Bogen-Freund. Eigentlich. In Minecraft habe ich auch nur Pfeile und Bogen. Muss ich dazu sagen. Und BAM in your face, what the hell? What the hell is going on? Hi. Ey. Ich sage ja Hi. Bastard. Hi. Ey. Muss ich einfach hoch? Ich nehme es mal an. Entschuldigung wegen dem Hustern. Ah, da oben ist ein Ding-Gedirms. Und ich mache erst mal alles hier kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Bäm. Bäm. Nein. Verdammt. Jetzt bin ich runtergefallen. Aha. Wie komme ich da jetzt ran, ist die Frage vielleicht. Ja, so. Haha. Sichtschutz. Yay. Not. Naja, ich habe einen. Kann ich dann links rein? Nein, natürlich nicht. Jetzt haben wir einen Sichtschutz. Und ich wollte eigentlich noch ganz viel nach links gehen und ganz viel nachschauen, was wo ist und so. Aber ich schätze, das hat sich dann wohl damit erledigt. Da kann ich drauf. Ey. Ich sagte, da kann ich drauf. Ah. Da kann ich noch viel mehr drauf. Was bist du? Du blöder Bastard. Ich gebe dir hier, äh, Sterne und Juwelen. Oh, eine CD. Yay. Ähm. Bam. Komm mal her, du. So, nehme ich mal mit. Und jetzt, dann müsste er gleich kaputt gehen. Ja, ich spring mal lieber ab. Nein, auf den wollte ich noch drauf. Dann gehe ich halt jetzt auf dich. So. Dann kann ich da wieder drauf. So. Geht da wieder drauf. Das war knapp. Na, ja, das ging doch. Sehr schön. Was? Was? So. Hölle. Wow. Muss ich denn mit. Ich glaube, ich muss die Teile einfach nach dir sch... Ey. So? Ja, nicht, ne? Ja, ich muss die Teile einfach nach dir schmeißen. Und du beschützt die... Wow. Du beschützt die Tür da? Jetzt hat sich's ausbeschützt, mein Lieber. Bäm. Oh, du blöder Bastard. So. Rein da. Dann kann ich da drauf, dann kann ich da drauf, dann kann ich hier nicht. Doch, da kann ich hoch. Und die Teile da einsammeln. Kann ich hier die Teile ein bisschen einsammeln. Und dann kann ich da oben wieder raus. Yay. So. In your face. Achso, ne, ich muss da hoch. Äh, das war etwas doof. Ja, ich bin immer noch etwas verschnupft. Ja, ich glaube, man hört's. Du bist doch so ein... Ist das ein Hardoken? Ist das ein Hardoken? Nein, 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 nicht einfach... Damn. So, hör auf. Was war ich eigentlich? Ops. Das war nicht so optimal. Achso, verdammt, mir geht der noch kaputt. Hab ich ganz vergessen. Moin. Moin. Du gehst runter, dann bin ich auf dich drauf. Dann bin ich da drauf, dann bin ich hier auf dich drauf. Dann bin ich das hat... Ey. Willst du mich verarschen? Oh, meine... Meine... Meine Fresse bin ich schlecht. Meine Fresse. So, dann wieder da drauf. Dann auf den warten. Dann sich mit dem hochdingseln lassen. Dann auf den... Nein! Dann auf den... Oh, das war Skill. Skill Shot. Auf Doom. Bart's... Äh... Wolkenkissen. Yay! Da unten ist was. Das wollte ich jetzt unbedingt haben. Das... Hab ich schon immer gebraucht. Hä? Ähm... 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 Wirst... Wirst... Du... Wohl... Nicht... K... Das war... Fail... Puppgehen. So. Äh, ich will dich. Äh, nein! Nein, ich will dich haben. Du bist mein. Du sollst mein sein in dieser Welt. Verdammt. Geht überhaupt nicht, du kommst höher. Oh Gott. Ich und mein Glück. Und grau. Nein, yeah. Ich hatte mein Glück. Wow, das ist cool. So. Ein weiteres Level abgeschlossen. Kletter-Bohningen. Wieso mach ich das so komisch? Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer. Mir egal. Ladi-dudi-da. Äh, ja. Nein, zu dir gehen wir aber nicht. Ich will zucken. Und jetzt zucken wir. Oh, was zur Hölle. Ah, cool. Der lässt die Bohnen jetzt noch weiter wachsen. Boss-Fighter-Doom. Zumindest zieht es so aus. Und ein Name klingt aus wo. Fangora. Dun, dun, dun. Okay, das ist aber kein Problem. Jetzt haben wir den ersten Boss weiter. Alles ist so episch. Rein. Fangora. Ein riesiger Garndrache. Es wird Zeit, ihm sich vorzuknöpfen. Komm, du nur in dieser epischen Cutscene. Ich finde die Grafik eigentlich voll geil. Auch es hier wird... What the hell? Los! Bam, ich kann dir nichts tun. Ey. So ja nicht, ne? Das ist doch eine Schwachstelle, die ich da gefunden habe. Und das da oben sind sehr viele Münze. Und ich schätze jetzt, kommt dann gleich wieder runter. Ah, nein, der kommt da. Und so. Wow, hey, das ist nicht angesagt gewesen. Das ist ja... Oh, das ist herausfordernd. Das ist gar nicht mehr so leicht, wie ich dachte. What? What? Wow, 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 wow. Ey. Was soll denn das jetzt? Das ist ja nicht fein, was du da machst. Nein. Tu es nicht. Ey. So. Ah, geh kaputt. Doom. Ich bin Kirby und ich mach alles kaputt. Ah. Ich schätze das in 3-Hit-Kampf. Okay, dann verschwinde... Wow, verschwinde, habe ich gesagt. Hahaha, ausgewickelt, Bastard. Take that, motherfucker. Wow, 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 wow. Jetzt werde ich hier wieder nach hinten geschleudert. Kann ich eigentlich auf dein Auge nehmen? What? Wow, 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 wow Und schön. Ey, was soll ich denn jetzt? Ey. Ey. So, jetzt aber. Top. Bam. Da, danke. Take that, motherfucker. Monster kill. Äh, ja. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist unser erster Boss, den wir hier besiegt hätten. Und wir bekommen eine weitere Reganrolle. Und Kirby freut sich. Yay. Ich bin Kirby. Ich freu dich. Yay. Ein episches Kapazin. Episch. Episch. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. So, auf nach Hitzland. Yay. Und ich werde jetzt übrigens Extended Version einführen. Bzw. ich werde einfach eine Stunde hochladen, so wie es mir auch immer gemacht habe. Manchmal. Und ja, deswegen würde ich sagen, zocke ich jetzt eine Stunde, danach render ich's und danach zocke ich nochmal und danach render ich's und danach... Und ihr wisst, ihr kennt das Spiel. Okay, weiter geht's los. What? Ach so, das ist ein Gegner. Ups. Ey, das tut weh, das finde ich aber nicht sehr nett. Bam. Hier. Und so, das sind mal die Gefühle, die ich jetzt zum Ausdruck... Oh, ein... Yay. Ein Orkan. Äh, bäbäb. Yay. Ey, das finde ich ist... Ist auch gut animiert. Da kann ich das hinterziehen. Sterb, motherfucker. Da kann ich noch irgendwas machen. Aber ich warte lieber mal. Hopp. Ach so, ich kann immer wieder hoch. Verstehe, okay. Stirb, motherfucker! Und töpfen. Und töpfen und... In die offence, diga! Äh, was kann ich mit dir... What? Ah, okay. Ah, okay. Bloß nicht... Ah, ja, okay, geschafft. Ausrufezeichen. 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 Oh, Gott. Wo geht es denn hin? Okay. Es geht... Wow. Ausrufezeichen. Das ist das Ausrufezeichen. Ah, ein Schreisverschluss. Ein Kaktus ab. Den haben wir so unbedingt gebraucht. Kann ich dich kaputt machen? Nein. Doch, ich habe ihn kaputt gemacht. Kamikaze for the win! Fucker. Fucker. Fuck this sheet. Fuck this sheet. I'm gonna love this sheet out of you. Here, love. Und so. Und so. Und so. Ey. Bam. So macht man das da, wo ich herkomme. Bass. Und... Bam. Ach so. Verdammt. Jetzt muss ich mich da erst runter katapultieren lassen. Das ist ja... Gewieft ist das. Gewieft. Gewieft. Oder so. Weil... Biatch und... Naaah. Willst du mich verarschen? Sie... Willst du mich eigentlich nassen oder sowas? Das Spiel will nämlich nassen. Oh Gott. Ich bin ja mal so ein Noob in Kirby. Vielleicht in jedem Spiel irgendwie... Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Nein! Fick dich, Ausrufezeichen! Was ist da drin? Oh cool! Eine Verwandlung! Ein Buggy! Eins. Oh, das ist zwei. Geil! Ein Buggy! Ein Strandmoss! Ich zeig euch gleich mal, wo so ein Strandbuggy von Kirby alles gu... What? What? Seriously? Of Doom? Wow! Epic? Waaaah! Doom! Doom! Ähm... Nein! Kein Doom! Oh! Noch weniger Doom! Schade! Kein Doom! Ich hätte oben bleiben müssen. Wieso bin ich da runter? Weil ich dachte da gibt's... Doom! Ah, da ist wieder einer! Nein! Aber da ist wieder Doom! Doom! Noch mehr! Nein! Eine Pyramiden! Schade! Doom! Doom! Aaaaaah! Bam! Take that motherfucker! Yes! Yes! Of Doom! Fick dich! Du bist der Dritte! Ich brauch keiner! Oh Gott, war ich schlecht! Hopp! Na los! Jawoll! Immerhin! Ja, so lässt es sich leben! Ach ja! 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 I got it! Yay! Gobi! Freut sich! Wuhu! Ja! Ich habe einen Flick gehalten! Und damit können wir gleich das nächste Level falsch halten! Was? Ja! Jawoll! Bam! I got it! I got it! I got it! Das ist ja einfallslos, wenn es jetzt jedes Mal... Ich sehe darum schon etwas! Das ist ja einfallslos, wenn es jetzt jedes Mal dasselbe ist! Ziemlich einfallslos sogar! Speicher-Vorgang! Ne-au! Lava-Wüste! Yay! Rein mit dir! Ladevorgang! Döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp. oh mein gott oh mein gott sie mir ist wie auch und euch machen die wahrscheinlich kaputt was seriously hier macht alles kaputt sie ist wie ich kann die rakete neben der ausrufezeichen ausrufezeichen das ist die power des ausrufezeichen ausrufezeichen die hat das ist der meint auf kirby und eigentlich hier schon wieder ihr seid so scheiße ich bin so dumm ich bin so dumm die lobe die lobe bladidum ich bin so so dumm bin doch nur ich ha ach so natürlich 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 hey hier ich will dich haben nein das war das war runter so ich lege dich da ab bombo 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 ich leg dich ab wo ich lege dich ab ist das da ein vulkan der schokosauce spritzt sie wie es lehre ha 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 was 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 du tun das spiel ist ja mal so geil ein vulkan der schokosauce spritzt wow das ist aber nicht so geil und das war's für dich wohl kann ich jetzt mal wenn ich das schon stehen bleibt ouch passiert etwas ausrufezeichen das war das ausrufezeichen ja für dieses level schokosauce schokosauce ich mag die melodie ich sollte sie mir oder patentieren lassen ich mag dich kleiner ich mag dich du mal ausrufezeichen 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 er geht fast ausrufezeichen ausrufezeichen ich suche das ausrufezeichen da ist das ausrufezeichen steinlampe episch was moment halte nein das ist ja mal geil und was in was mache ich mich hier oh 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 ist das geil ein feuerwehrauto tut 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 ich mag feuerwehrautos tut 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 Feuerwehr 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 ich bin hier die Feuerwehr ich kann hier nicht sehen ohne ich mach's trotzdem tut tut Feuerwehr 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 ich muss hier durch denn ich bin die Feuerwehr ich bin so episch lade du die da ich spritze euch einfach ab ha 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 das war zweideutig ha 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 wer bei einem Kirby spielt 2 3 ich denke habt ihr einander klappse das und e schade da das Spiel ist da auch ab auch ab nein ist es passiert dass das auch ab es passiert dass das ich denke oder sind wir hier plötzlich in der Weltwort könnte es möglich sein ich glaube schon oder was weil hä kommt es keine Lava von unten ist aber voll unten für eine war blablabalalamurs klage aber ich komme auch so darüber ich traurig die hilfe einer bombe ah okay got it das ist jetzt aber nicht schwer es kommt die lava wirklich ja das ist metroid-like metroid-like ich spiel hier ein körper spiel was metroid-like aufgebaut ist aus der abend aus dem aus dem abt die hoch aus der vorgott aber aber auch aber auch aber auch so nicht erst es ist gar nicht da wer tanzen gerade nicht wirklich auf einen Vulkan das spiel ist geil definitiv geil er ist geil aber sowas von er ist geil er ist geil ach ja aber es geht erst mal weiter mit dem nächsten level schon halb zehn what seriously dude what about what i got was bist du okay das ist interessant war aber hoppla höhle und gott ein unterwasser ein unterwelt level das ist ja auch entschuldigt der muss jetzt sein und war auch kaum kaum nehme ich auf bekomme ich schon wieder Hunger beziehungsweise durch das ist ja mal wow neo was machst du okay also ich kann mich gar nicht bedienen schade aber das sind wieder größte das sehe ich sofort wort wort der herr auch drei cool ich muss den ah nein ich musste nur so aufgeführt verstehe Prozent okay ich fliege aber es ist böse weil die okay Kirby ist ein gefährliches spiel so richtig mal mit und ich kann dich nicht mehr mitnehmen ja geil und das nur für so eine einzelne Perle naja hä bin ich der einzige der das gerade mit kapiert kann ich da irgendwie rein aber erstmal besiege ich den Spasten hier ey wie kannst du mich essen wir bestehen hier aus Garn dude fuck that shit okay okay komm schon komm schon komm schon und na verdammt komm schon ähm ja jetzt mach ich will was ausprobieren hallo hier bin ich ich muss jetzt in reichweite ne wo ey ach fick dich oh nice so komm ich also dahin da da ist ein geheimnis und oh mein gott es ist ein Labyrinth ausrufezeichen 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 oh Gott nein da geht es ausrufezeichen lang oh nein an der Links jetzt zurück da ist noch eine Perle da ist noch ein Ausrufezeichen erstmal bin ich noch mal hoch so da ist nämlich auch eine Perle dann will ich da runter zum Ausrufezeichen und mir noch mehr Perlen holen weil Perlen ist awesome und so oh Gott ich bin wirklich verstopft ich müsste mal wieder trinken schnäuze sie geht weg gut ich müsste mal wieder trinken schnäuzen und das interessiert hier jetzt jeden what aha hier episch und ich hab dich kaputt gemacht und was machst du ey wahrscheinlich kann ich da jetzt nur ja wie ich dachte ich bin so klug KLUHK la die du die da auch nö auch nö naja äh das war einfach das ist nicht mehr so ah verdammt dachte jetzt schon ich komm es gibt noch mehr von der Sorte so und mach's kaputt danke geh kaputt und gib mir meinem Schatzi yeah hoppla Höhle wuhu halt da nicht drüber springen yes yes what no that's not funny dude so what 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 wow das ist alles sehr gefährlich hier wow ey nein verdammt jetzt muss ich wieder warten warten wir einfach warten wir einfach warten wir einfach warten wir doch mal und kommen da hoch und kriegen einfach Perlen und dann fahren wir weiter wir fahren fahren weiter oh mein Gott da oben geht ein Geheimweg lang da die du da die du ein Geheimweg lang ey fick dich Spaß man es ist auch nicht mehr feierlich hier ich bin nicht gestorben so ein Geheimweg der mir nur Perlen bringt ja toll das war's das war's jetzt voll wert und so nein böse wow verdammt fick dich doch natürlich natürlich muss ich jetzt hier wieder warten so wow das war dumm komm schon komm schon danke jetzt kann ich da lang perfekt wow das war unerwartet da kann ich nicht hin das sieht ja mal ekelhaft aus ah jetzt könnte ich da hin will ich da hin ach ich guck mal nach Spaß ja wir haben's kapiert du kommst raus und tötest alles und das hat mir nicht wirklich was gebracht ah was willst du denn aber das ist mir jetzt egal denn ich schwimm da jetzt rüber und und hüpfe da rüber und scheiße das Teil bohrt sich doch den Boden fuck das shit dude seriously oh Entschuldigung das war unvermeidbar die Teile geht oh fuck fuck ah 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 verdammt hopp hopp ah ja komm schon fall schon runter mach schon ladidudi da wir vertröllen hier nur Zeit hopp 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 ält es hat mich nicht getroffen hopp hopp ja geil okay dann gehe ich halt nochmal hoch so natürlich schaffe ich es nicht darüber na klar geil spaß spaß nein oh man wie soll das gehen ja mach schon nein ich kapier es nicht ach ich probier mal was aus ich probier mal was aus da 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 nein verdammtes gegen die es geht nein aber es geht nein nicht nochmal what 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 ah fuck that shit seriously dude wake up ja jetzt kommt noch was wollt ihr mich verarschen wollt ihr mich verarschen ich komm da nicht hoch nein ja nein egal ich will da jetzt einfach nein oh Gott beide oh ich will da jetzt nur noch durch und schaff es nicht so komm runter komm 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 oh Gott okay und dann doch so verwandlung und diesmal wird es nein es ist ein Baulwurf wie geil ist das denn ah wie der aus der Schiss Island verstehe nur dass er eine bessere Steuerung hat so darüber ich möchte kaputt was 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 war hat du dich kann ich gar nicht ey ich hab mich kaputt gemacht ja da da wirst du mich schaden waaah waaah kaputt machen waaah 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 scheiße das war schlecht aber vielleicht vielleicht mein oh schade ladidu dida dida so yay wir freuen uns ladidu 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 dida ladevorgang alles klar ich bin grad du bist aufgedreht und deswegen machen wir gleich weiter ich glaube ein Level schafft mir noch in 10 Minuten locker und das ziemlich geiler das ist eine ziemlich coole Animation da da er hat er z das ist das ist und jetzt bleibt er da habe ich daraufhin drauf hopfen kann oder wie oder bleibt er da ja er bleibt aus ist das niedlich das ist niedlich zogel ich hasse Dschungel Level fast 10 Minuten wir haben noch 20 Minuten was habe ich gelabert für den Scheiß los Dinosaurier auf episch und wir können die hochkommeln kurbel 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 na oh ist das geil ich mag das das Level ist toll Dinosaurier auf episch und überhaupt ihr wisst was ich meine epische Dinosaurier 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 süß eine Familie und das dauert bis das Kind oder wie irgendwie sowas in der Art also nochmal dasselbe bladidodida 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 diesmal drei ich glaube ich gehe da lieber um lang weil es sich gelohnt hat da um lang zu gehen oh der ist blau blau ist eine schöne Farbe ich mag die Farbe blau mögt ihr auch die Farbe blau ich mag die Farbe blau Ausrufzeichen und ein Schatz Fackel wer hätte etwas anderes erwartet ich ganz sicher nicht da muss man jetzt auch nur die kleinen Sprünge und die großen Sprünge beherrschen und dann geht das kein Problem und was ah ok ich muss wieder einmal so fahren schmecken ok auch hat ihr auch 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 bleibt der bloß weg und du am besten auch gleich auch ein Dinosaurier ist da oben abkomm schon und danke Ausrufzeichen ist da ich werde ausrufzeichen der Ausrufzeichen der episch ist und so und was auch immer wäre das jetzt ach so ja mit der hier und so äh 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 ah so ok jetzt legt sie ein bisschen was bleibt mir bloß weg ähm es fängt an zu lagern das heißt ich sollte vielleicht Schluss machen weil ja ok jetzt hat lags wirklich böse aber ich mache hier mal ich mache das Level hier jetzt noch zu Ende und dann würde ich Schluss machen auch wenn es keine Stunde exakt ist aber scheiß doch drauf ob es jetzt eine Stunde ist oder so hauptsache meine Festplatte wird nicht zu voll ah ist nicht genau deswegen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ok ok alles klar alles klar nur noch schnell dieses Level wert oh Gott es dauert noch oh Gott es dauert noch einfach nur noch waschen 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 nein ok 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 ich mache hier jetzt noch einen Cut und wir sehen uns also das hier ist jetzt ein Part bis zum nächsten Part ich nehme ihn gleich auf Bye